Moin, hi, herzlich willkommen zu einem Spiel, auf das sich viele gefreut haben, das jetzt endlich rausgekommen ist und das allergeilste, es ist direkt beim Game Pass ab Launch Tag 1, kostenlos. Ich bin selbst beinahe in die Falle getappt, dass ich schon kurz davor war, es mir für die Playstation 5 zu kaufen und dann habe ich kurz vorher nochmal gegoogelt und gemerkt, fuck, das gibt es ja tatsächlich umsonst, also natürlich nicht umsonst, aber für ein Monatsabo und das ist echt okay, das musst du wirklich an der Stelle nochmal loben, wie gut die das immer machen bei Xbox mit diesen Spielen, die wirklich interessant sind, meistens immer auf ganz hohes Niveau haben, auch in alle Richtungen, nicht immer nur ein Genre und dann auch immer noch regelmäßig irgendwas kostenloses, ist echt krass. Grüße an alle, die jetzt gerade hier reingekommen sind, wir spielen wohl Long, ihr habt es am Hintergrund wahrscheinlich längst erkannt, ich bin auch glaube ich der Letzte heute, der anfängt mit Volong, ich hatte aber noch ein bisschen zu tun, habe Sport gemacht und bin jetzt bereit die ganze Nacht mit euch zumindest anzuzocken, danke Drolix und dann machen wir gar nicht allzu lange rum, weil wir werden natürlich jetzt auch ein bisschen im Charakter-Editor verbringen und gehen erst mal in den selbigen, genau, und gehen aber direkt ins Spiel und gucken uns dann erstmal jetzt ein Intro an und dazu muss ich ein bisschen lauter machen. Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Among them was the first emperor of the Qin, who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe, the elixir's power proved overwhelming. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflicts and political machinations. Many moons pass and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da lebt ich wieder Ah, das ist ja interessant, jetzt kann ich hier... Moment, ich mache mal gerade einen Poll für die Sprachausgabe Und dann sage ich nochmal ganz kurz, Moment, wir machen den mal 3-5 Minuten, so lange brauchen wir sicherlich für die Charaktererstellung Ich mache auch zusätzliche Abstimmungen zulassen von 1000 Moneten, damit ihr damit auch mal was machen könnt Und Sprachausgabe, Englisch, Chinesisch oder Japanisch, das ist nämlich die Option, die wir haben Könnt ihr jetzt gerne kurz mal entscheiden, würde mich tatsächlich auch echt mal sehr interessieren, was ihr da am Ende macht Und wir erstellen uns erstmal Mike Krieger Ich würde dich bitten, dich mit ausreichend Steinen einzudecken, lass Neo wieder aufleben, wenn es da Steine gibt, werde ich sie einsammeln, aber es ist ein ganz schlimmes Spiel Ein ganz schlimmes Spiel Das habe ich ja schon erfahren müssen Okay, wir fangen mal ganz grob an Ich habe mir noch nicht den Editor angeguckt Wir gucken jetzt gar ganz grob Wir machen wirklich ganz grob Gucken wir uns eine Vorlage an Ne, ist mir irgendwie zu doof Aber es ist schon interessant, wie man hier alles hat Ich finde tatsächlich den hier am geilsten Da bin ich wahrscheinlich nicht allein, ich wette, den haben sehr, sehr viele gewählt Okay, bestätigen zurück So, Personalpronomen, andere, männlich Ja, machen wir männlich, ne? Stellung Ist es im Job? Welche Stellung? Azubi oder Meister? Ne, machen wir 10 Ich weiß es nicht Hautfarbe ist eigentlich okay So, was kann man hier machen? Ah, der Gesichtstyp Er soll schon grau, rau und gegerbt sein Ähm Mein Gott, ich wünschte, ich würde nach dem Training so aussehen Das liegt wahrscheinlich an der Hose Wahrscheinlich muss ich so eine Hose anziehen Da gucken die in der Umkleide Da kommst du immer, da lassen die dich immer an den Schrank, wenn du so reinkommst Äh, hast du vorher die ganze Zeit das Äh, hast du die ganze Zeit die Gewichte lautstark gerissen Okay, hier kann man jetzt nichts wirklich Wichtiges machen Okay, gut Wir haben also die Basis gemacht Äh, bear with me Es dauert jetzt ein bisschen Gesichtform Voreinstellung Wir gucken mal Ich versuche mich schon zu beeilen Aber ich habe natürlich wie immer auch einen Plan Ich glaube, wir machen mal kurz vorher eins Äh, wir machen mal den Bart weg Weil Das ist jetzt sehr schwer, finde ich Das Gesicht zu erkennen, wenn da immer der Bart drüber ist Ja, das ist doch gut Okay, so Gesicht Gesichtform Voreinstellung So, so, so Ein bisschen Unterbiss Kinn Okay, ich habe eine bessere Idee Wir alle wissen, was kommt Ich fange an bei der Nase Und bevor ich da irgendwas anderes mache Machen wir erst dann die Nasenlänge Hui, nach unten Und eine ganz krasse Tiefe Wenn euch das jetzt zu kindisch ist Dann tut es mir leid Aber ich kann es nur so spielen Es ist Naso Der Nasenmann Mike Krieger Zu Diensten Da, schön nach unten Ich bin noch nicht zufrieden Mit den Naseneinstellungen Es sind mir immer noch zu wenige Nasenrückenbreite Oh, das ist schon ganz schön geil, ne Aber das sieht eher aus Ne, das behindert eher seinen Blick Da hat er immer die Nase So im Bild So im Klumpen unten Das kannst du nicht machen Aber Naja, so ein bisschen ausgeprägt Sollte es schon sein, ne Na, mal gerade gucken Mir ist das wichtig Euch vielleicht nicht Ich finde es Ich finde es nicht unwichtig Ja Ich will das Dass quasi die Nase Immer erst Zur Tür reinkommt Nasenwurzelbreite Nix kann ich hier einstellen Wo soll das denn sein Oben, unten Nasenwurzel Klingt wie Als wäre es unten Ihr seht doch auch nix Ach oben Oben der Eumel Ja, das ist gut Nasenwurzelbreite Könnte man jetzt noch ein bisschen dünner machen Damit die Nase markanter wird So sieht es aber auch Ach, da ist die Nase schon sehr groß, ne Ne, ne Sie soll groß sein Aber er soll noch ästhetisch aussehen Ähm Erstmal ganz kurz Alle, die jetzt irgendwie Ähm Ich werde gleich am Ende nochmal Mich bei euch allen bedanken Aber jetzt muss ich gerade erst mal Das hier fertig machen So, ähm Nasenrückenbreite Ja, das ist hier der Mittel Der Fleisch Das Fleisch der Nase Die Nasenrückenbreite Ist das Filet der Nase Ne, aber es darf auch nicht Sie darf nicht zu präsent sein Jaja, muskulöse Nase Nasenspitzenbreite Das ist geil Okay, jetzt ist es schon schwierig Ganz klein und filigran Aber das ist nicht klein genug Stupsig Oder eher so Eher so Alkohol Also so eine Leucht Leuchtnase von einem Alkoholiker So ein bisschen wie Rudolf The Red Nosed Alkoholiker, ehrlich Da geht noch mehr Ah, kann ich das da links oder rechts verschieben? Das ist ja interessant Guck, da kann ich das fahren Ja, ist irgendwie auch lustig Ne, aber da bin ich jemand Das muss mittig sein Warum ist das dann nicht mittig? So, jetzt ist es mittig Nasenflügelhöhe Schön so Ah, was das ausmacht Der Mann muss nämlich viel kämpfen Das heißt, er braucht gute Nasenatmung Weil da muss Die Pumpe muss laufen Da muss die ganze Zeit Luft in die Maschine rein Ich kann mich gerade nicht entscheiden Sympathischer sieht er So sieht er so ein bisschen Ne Ne So, dass er unter der Dusche rauchen kann Das gefällt mir Das ist eine sehr gute Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Beschreibung Das er unter der Dusche rauchen kann Er würde aber nicht rauchen Weil einfach Der Rauch würde sofort in die Nase Kippen würde ausgehen Weil einfach keine Blut hält das aus Er würde sich wahrscheinlich aus Versehen verschnupfen Okay Übrigens, ignoriert mal die ganzen Anzeigen Die hier in meinem Chat die ganze Zeit laufen Ich habe sie noch nicht ausgestellt Die sind sau alt Das einzige, was ihr gerne machen könnt Ist PS Plus euch angucken Weil ich habe ja jeden Monat meine PS Plus Sendung Und ich habe übrigens Wie euch auffallen sollte Ich habe kein Waifut mehr Denn ich bin ein Mann von Prinzipien Und ich bin super traurig Dass Waifut jetzt bei Nestlé ist Weil ich echt gerne Ich fand das richtig gut Ich war da echt gerne Aber ja Das geht dann halt nicht Und vor allen Dingen jetzt Ich habe noch Ich habe noch für mindestens Weil das noch weitergehen sollte Für einen Monat Habe ich Pakete hier Mit Waifut Kram Okay Ich kann mich nicht entscheiden Verdammt nochmal Tut mir leid Ihr könnt vielleicht Vielleicht kann Eduard Laser Hier im Video Jetzt später einbauen Klick hier Um das alles zu überspringen Weil das kann noch eine Weile dauern Der soll klingen wie ein Staubsauger Genau wenn er atmet So okay Ich kann mich nicht entscheiden Deswegen lasse ich es jetzt mal so Und jetzt kommt hoffentlich Der Part der nicht wieder alles versaut Jetzt möchte ich Ne Ah okay Das sind solche Voreinstellungen Ich dachte da kann man nochmal Andere Nasen machen Dann ist es halt nur das Ah ich bin ein bisschen enttäuscht Okay dann gucken wir noch einmal kurz Eine Sache Es tut mir leid Leute Ich ich Ne dann machen wir es doch Wenn das alles ist Was ich noch ausdrücken kann Dann nehmen wir so ein bisschen Das markante nach oben mit Speichern Ja Speichern bitte Einmal speichern Ich werde euch gleich auch noch Den Charaktercode geben Ähm Wie kann ich den jetzt erstellen Kann ich jetzt einen Charakter Erstellungscode Lade die auf den Server Teile den Code mit anderen Spielern Natürlich Leute wollen das sehen Ah wir sind noch gar nicht fertig Wir haben ja okay Wir machen das später Wir haben jetzt erst die Nase Stimmt Oh Gott das kann so ewig dauern Tut mir jetzt schon leid Leute Wir kommen vor elf Kommen wir heute nicht mehr ins Spiel Und alle die jetzt abonnieren Ich bedanke mich vielmals Ich werde euch gleich vorlesen Aber ich bin hier noch lange nicht fertig Wie könnten wir die Nase größer machen Indem wir den Mund Ein bisschen kleiner machen Oder Ah okay Das ist ja auch cool Symmetrisch und asymmetrisch Was sagt ihr Sehr schwierig sowas Finde ich Ja wir lassen es mal so Klein Auch nicht schlecht Aber Oh ja das ist sehr gut Das ist schon Auf jeden Fall mein Favorit Da Das ist Der Mund ist einfach viel zu klein Der Mund ist viel zu klein Und so ist er ein bisschen Ja aber er hat zu wenig Kinn Eigentlich müssen wir gleich Uns mal das Kinn noch angucken Okay Ähm Montive Oh Gott Simon Du musst aufhören Ja ich weiß Ich kann es nicht ändern Ich kann es nicht ändern So ist es ein bisschen besser Ich guck gerade mal Wenn ich ihn zu klein mach Also es ist verdammt Ich würde ihn Aber es sieht halt einfach Nicht echt aus Es ist Uncanny Valley Diese Person könnte vielleicht Sogar noch existieren Aber diese Person Kann nicht existieren Was soll der denn essen Den ganzen Tag Erbsen Oder so kleine Kleine junge Junge Möhrchen Die er sich so Reinschiebt Ja schwierig Ich weiß Die Hälfte von euch Ist wahrscheinlich verzweifelt Und denkt sich Was will der das jetzt Die ganze Zeit machen Ja Die Antwort ist ja Okay ich mach erstmal irgendwas Ich mach jetzt erstmal Bevor ich euch Ihr müsst euch auch Denken Was soll der hier Was soll das Mundwinkelposition Ich will ihn ja gleichzeitig Auch cool machen So jetzt mal gucken Ob man da noch was macht Das sieht leider irgendwie Komisch aus Da vielleicht kann ich unten was Ja das Das bringt was Das war nicht schlecht Oberlippenranddicke Es ist verrückt Was man hier alles machen kann Ganz im Ernst Finde ich verrückt Es ist too much Unterlippenranddicke Ah okay Damit gibt es halt am Ende Einfach so ein bisschen Kontur Könntet ihr sagen Ob ihr ne dicke Oder ne dünne Oberlippenranddicke habt Ich wüsste es bei mir nicht Was hab ich denn für ne Keine Ahnung Es ist sehr ungewöhnlich Ich glaub nicht dass er Dass er sich wohlfühlt dabei Ich muss das ein bisschen Noch anders machen Das ist nicht gut Der Mund ist wichtig Vielleicht auch ein Riesenmund Riesenmund Aber ganz schmale Lippen Ne Das ist komisch Dass diese Rand Diese Oberlippengeschichte Das ist immer so verzerrt Ne Jetzt hat er so ein komisches Eingefallenes Grinsen Was kann ich denn noch machen Da Das Ding Boah ich kenn mich so gar nicht aus Mit Mit sag ich mal Dem Aussehen von Menschen Okay ich muss das grad Ich mach's grad mal in die Mitte Ich kann ohne Scheiß Ich kann das nicht Ich 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 Es ist mir zu viel Es ist mir zu viel Auswahl Ich kann wirklich nichts Daran ändern Dass das hier so viel ist Aber es ist mir zu viel Okay komm Ähm Mitte 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 Ich bin überfordert Optionsparalyse Ich hab gewusst Ich hätte es vielleicht Vorher machen sollen Andererseits weiß ich auch Manche Leute finden es auch Immer lustig Aber ich könnte zu viel Zeit Hier damit jetzt verbringen Da Das ist so ein bisschen Da ist es irgendwie schief gegangen Das ist ein breites Grinsen Das ist sehr Verantwortung Äh Einflößend Also so Wie heißt es Dem vertraut mal Vertrauenseinflößend Mundwinkelneigung Oder ist halt immer Schlechtgelaunt Ist Naso Ein gutgelaunter Ne ich glaub Naso ist immer so Ne ich will Dass der schon gutgelaunt Ist der Der ist fröhlich Ha Der findet den Krieg Nämlich richtig geil Der ist gerne der Kämpfer Der kriegt gerne auf die Fresse Und stirbt hundertmal Das ist Naso Mundtiefe Ja das war Das war ein bisschen das Problem Ne Okay er braucht auf jeden Fall Ein besseres Kinn Das Kinn ist ein Hier so Das ist der Part Wo man sehr viel mit Verändern kann Ja machen wir mal so Ich kann auch nicht anders Ich muss ihm einfach Ja das ist ganz gut Ich muss ihm einfach irgendwie Einen einigermaßen Sympathischen Mund geben Ich kann es nicht ändern Oberlippenrand Dicke Guckt euch das an Okay Also jeder der mich Nachbauen will Ist sei dazu aufgerufen Mir dann seinen Kram zu schicken Dann werde ich das gerne Äh Moment Lieber nochmal Doppelt speichern So könnte ich euch Jetzt den irgendwie geben Das ist jetzt mal der erste Hier da habt ihr den Charaktercode Für alle die es jetzt Als Video sehen WLXOPXXPA 8% PKT Prozent 7 Punkt Ist doch nicht so schwer So Möchtest du die Teilen Nicht in sozialen Medien Nein Okay Wir sind Wir kommen immer weiter Wir kommen weiter Wir haben den Mund Wir machen die Ohren Wir machen jetzt mal Ein bisschen schneller Ja klar Natürlich Oder dicke Ohrläppchen Ist auch geil Das ist natürlich schön Auch ordentlich wuchtige Da kannst du auch Wenn du im Krieg Dann irgendwie In deinem Graben sitzt Kannst du dich eventuell Von den Läppchen auch ernähren Für ein zwei Tage So eine Not Du trägst quasi immer So eine kleine Notration Zum naschen Bei dir Und der Einzige Der sich beschweren kann Bist du selbst Also macht man es ja nicht Darf ich mich essen Ja klar Komm hau rein Natürlich würde er besser aussehen Wenn man die Ohren nicht so Aber er soll ja schon auch irgendwie Ja die dicken Zinken Ne das kannst du nicht machen Das ist ja kein Elf Aber es ist interessant Dass man das so So krass machen kann Das ist ja schon interessant Oder Ganz schön Ganz schön dicke Eumel Da kann der aber Keine Biodynamic Kopfhörer Mit tragen Die Ohrspitzenform Ist natürlich das Problem Wie viele Herderringe Möchtest du haben Ähm Ne es muss noch Relativ realistisch sein Und die Ohrläppchen Sind auch zu unrealistisch Keiner kann Ja sowas ist gut Sowas ist gut Ja Wir kommen langsam voran Wir haben den Mund Wir haben die Nase Jetzt machen wir die Augen Wie kann ich den Silber Den richtigen Silberblick Muss ich vor allen Dingen treffen Hier und was will man für Will man ein Schlupflied Oder ein Lupflied Oder ein Hupflied Oder ein Zupflied Ich hätte jetzt wirklich gerne So ein bisschen Silberblick Wenn ich ehrlich bin Das ist eigentlich das richtige Auge Ich würde sagen Augentyp 1 Obwohl die natürlich alle irgendwie Was haben Aber es ist wirklich immer wieder krass Was so ein Auge ausmacht Oder ja Ist in dem Fall wirklich nur ein Auge So die Augengröße Natürlich riesig Er hat ja nur eins Augenhöhe Wo sieht es lustig aus Oder nach unten Nö Das ist Ihnen kann gar nichts entstellen Fällt mir gerade ein Die Nase kommt besser zur Geltung Wenn die Dinger oben sind Okay Augenabstand Ja das ist natürlich jetzt Problem Weil eigentlich sieht es lustig aus Wenn der Augenabstand sehr gering ist Aber hier sieht man es halt einfach nicht Wegen der Ja aber ich wollte es so haben Augentiefe Tunnel Oder Oder Globschi Verdammt Das sieht immer noch zu gut aus Es ist ja ein Spiel Wo man eben auch kämpft Deswegen ist es ganz gut Wenn die Augen Möglichst weit von den gegnerischen Waffen Weg sind Also ist das glaube ich in Ordnung Augenneigung Was weiß ich denn Was die Augen für eine Neigung haben Achso Äh Das sieht schon ein bisschen doof aus Das sieht normal aus Das ist irgendwie auch cool Aber Ich weiß nicht Was sagt ihr denn Nee Ja komm Warum frage ich euch überhaupt Ich richte mich ja eh nicht danach Komm wir gucken mal was hier noch geht Augenlid Höhe Vielleicht das Augenlid jetzt noch so ein bisschen rein So der natürlich Wie so ein Poncho über die Augen So der natürliche Vorhang Ja komm machen wir so Augenlid Tiefe Äh Augenlid ne Das ist das Ding da oben Hm Da kann man nichts erkennen Kann auch kein Schwein sehen Tränensackbreite Ihr habt es übertrieben Leute Ihr wolltet einfach zu viel Nach unten gibt es so einen richtig schönen Müden Look Und hier Klumpt es so ein bisschen Das Auge zu Na ja Tränensackdichte Je dichter Desto Tränensack Würde ich jetzt mal sagen Ha Keine Ahnung Leute Wir bleiben jetzt einfach hier bei Augenbrauen Ihr macht es mir aber auch echt schwer Hier irgendwas lustiges draus zu machen Der sieht noch viel zu gut aus Okay Eins zwei drei So ich sehe Irgendeinen Moment Wir machen mal einen Augenbrauenhöhe Ganz hoch Es ist einfach so Augenbrauen Tief Jetzt hat er wirklich Jetzt ist die Augenklappe Eigentlich mehr oder weniger Die Augenbraue So Ne So das ist geil Die fährt direkt in die Augenbraue rein Ähm Augenbrauen Tiefe ist Ah ok Ja das ist echt lustig Weil ich jetzt natürlich Wegen dem Wegen der Augengeschichte Jetzt aufpassen muss Ne Machen wir so Das ist doch gut Augenbrauen Abstand Auch hier wieder Was zur Monobraue hingeht Sieht irgendwie lustig aus Aber hier ist auch nicht Das ist voll schwer Ich komme Nicht auf das Was ich wollte Nämlich absoluten Wahnsinn Da hat es mal so eine typische One Piece So eine Welle So eine Augenbrauenwelle Wäre jetzt nicht schlecht Okay komm ist egal Es sieht immer noch zu gut aus Ah da vielleicht Genau Da wachsen einem die Augenbrauen Wirklich schon ins Ins äh Ins Auge hinein Ne Da ist irgendwie wenig Nicht mitzumachen Augenbrauen Farbe Augenbrauen Dichte Ist voll Augenbrauen Dicke Das sind Optionen Wie ich sie mag Ja Nehmen wir Es ist das schwer Diesen Kerl zu verhunzen Er ist einfach wunderhübsch Trotz allem Let's go jetzt Ja wartet doch bitte Wartet 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 Wir haben doch mehr Mann das ist erst 25 Minuten So bin doch gleich fertig Gesichtsdekoration Was kann ich hier machen Narben Irgendwie muss man ja auch erklären Warum der So eine Augenmaske auf hat Warum mit einem Blümchen Einen kleinen roten Punkt Was soll Was sind das hier Das sieht ordentlich aus Als hätte ich wirklich was richtig krasses überlebt Okay Ich beeile mich Ich höre euch I feel you Aber wir müssen noch kurz gucken Es gibt zu viele Optionen Punkte Ganz viele Punkte Irgendwelche Hieroglyphen Ne 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 Vorsicht Wer weiß was man sich da Was man sich da hoch Äh Drauf tätowiert So hier so ein Stempel Auch nicht das Ding Das Ding Alles nicht spielbar Was Ne Die ganze Arbeit Wäre damit ja weg Okay Ich muss zugeben Das hat auf jeden Fall was Okay Wir hören gleich auf Was ist das Was ist das Warum Was ist das hier Ist einfach in der Mitte Ja ne Oh warte Vielleicht kann ich die Farbe noch einstehen Das wird ja immer besser Das darf natürlich Es muss schon irgendwas realistisches sein Aber schwarz ist schon die sinnvollste Blau ist vielleicht auch nicht so schlecht Ich meine wenn ich jetzt nur ein Auge hätte Dann würde ich auch gucken Dass ich hier ein bisschen Fashion damit mache Also ist doch klar Du willst ja auch auf das andere Auge Du willst ja von dem einen Auge ablenken Auf das andere hinlenken Vielleicht so ein Pfeil Der so Auf das Auge Oder ein drauf gemaltes Auge Ich höre ja schon auf So Bei solchen Ohrläppchen Also Leute Jetzt mal ernsthaft Bei solchen Ohrläppchen Gehört natürlich was dran Aber das ist Alles Das sind Das ist die Auswahl Weiß nicht Leute Kann ich hier vielleicht die Farbe noch verändern Das ist doch scheiße Das ist doch kein Kleines Schwerter oder so Das wäre doch mal was Ne Ja es sind offensichtlich wieder mal Typisch Japanisch Nur für Frauen Oh Das ist gut Das machen wir noch schnell Dann hat er nämlich auf dem Ohr An dem Ohr hat er sowas Ach ist auch nicht geil Es sieht irgendwie zu gewollt Er will es zu sehr Er ist ein Poser sonst Das geht nicht Das können wir nicht machen Okay Wir sind fertig Einmal noch Oh Gott Ich werde fertig Ne komm wir müssen aufhören Wir hören kurz auf Wir machen einmal noch hier Lustig Kopfgröße Muss natürlich so groß wie möglich Halslänge so lang wie möglich Schulterbreite so breit wie möglich Warum fragt ihr mich überhaupt Was soll denn das Ja wie kann ich hier nach oben Ja sehr groß Genau die Grafik und die Muskeln Alles nach oben Alles nach oben Ja Ja Ich würde sagen da haben wir ihn doch schon meine Freunde Da haben wir ihn doch schon gefunden Ähm Und natürlich habe ich mir das Äh Ja okay Okay Spitzenfarbe verwenden Und die Spitzenfarbe ist Weißes Grau Ja Weil oben kann man färben Unten wird schwierig immer Ein bisschen nervig Oh Nö das ist doch so viel besser Äh so reicht Okay wir sind fertig Ähm wie kann ich das jetzt nochmal speichern Da So ich speichere es für mich Und einmal lasse ich es euch auch Lade ich es euch noch einmal hoch Nein Oh ich Idiot ey Naja ist ja nicht schlimm Ich habe geladen Es sei denn Wie kann ich das jetzt laden Aussehen an Ja Okay Ähm Da Hier habt ihr den Code Ne Easy zu merken BLX GPCSM4 Und PVONM Punkt Geht runter wie Öl Gut Wir haben es ja jetzt geschafft So wie lange hat es gedauert Knapp eine halbe Stunde Was wollt ihr denn Ne Frisur machen wir später Die ganzen Leute die krampfhaft irgendeine Story wollen hier Die meckern zu viel Nein Wir machen das später Wir machen das nämlich später Für diese Zeit Mein Wille hat sich erfüllt. Wenn wir dich haben, wird es noch möglich sein. Das ist ein Talisman von Schutz. Es wird nur ein Tag geholfen sein. Ich kann diese Travestie nicht weitergehen. Lasst uns weg. Der Kopf ist echt zu groß, ey. Egal. Ja, vielleicht werde ich den Kopf noch mal ein bisschen kleiner machen, sobald ich die Option habe, weil es ist wirklich sehr cartoonisch. Das sind auch wahrscheinlich die letzten Momente, in denen ich noch was zu lachen habe. So, ich nehme an, ähm, sie hat, er hat doch gerade von der, von der, von dem Tonic gesprochen. Okay, das und, das sind die zwei Angriffe. Ich glaube nicht, dass wir hier durch die Richtung gehen können. Vielleicht, wenn wir über die Schraubstauern gehen können. Ich habe die Demo, die neue, jetzt auch nicht gespielt. Ihr wisst ja sicher schon, wie, wie es läuft. Climb past that Watchtower, okay. Ich nehme an, das ist ja der hier. Vielleicht auch nicht. Das kann ich mal gucken. Also ich weiß natürlich, dass es... eine Mischung aus Nioh ist und, äh, Sekiro. Und bin total gespannt, weil ich mag, entgegen anderer Behauptungen, auch Sekiro. Bin nur nicht so gut im Timing. Und, äh, liebe aber Nioh. Also irgendwo wird sich da schon was für mich finden, glaube ich. Aber es ist natürlich, es ist auf jeden Fall offensiv orientiert, das Ganze. Es ist nicht so sehr auf die Verteidigung oder so ausgelegt, sondern es geht wirklich darum, halt einfach anzugreifen, statt zu verteidigen. So habe ich das zumindest im Vorfeld jetzt verstanden. Und ich hatte meinen Struggle mit der Demo. Angeblich gibt es bei der PC-Version technische Schwierigkeiten. Ich war sehr skeptisch deswegen. Hat aber bisher, läuft alles. Angeblich sollte es Mikroruggler geben und was weiß ich. Ich habe absolut nichts, ich habe alles auf hoch gestellt. Kann mich jetzt nicht beschweren, muss ich sagen. Da habe ich schon Schlechteres gesehen. Äh, und eigentlich ist bisher noch gar nichts Negatives passiert, technisch. Okay, vielleicht ins Haus? Nee, dann wahrscheinlich hier rüber, ne? Da. Okay, auch hier wieder wird alles von Vogelschiss begleitet, um einem anzuzeigen, wo man hin muss. Okay, also die Bedrohungsstufen sind eigentlich so, ich würde mal sagen, Levelstufen der Gegner. Aber ich nehme mal an, dass wenn man einen großen erledigt, dass dann die kleinen imponiert sind. Vielleicht. Viel mehr als X und Y drücken, mache ich im Moment natürlich nicht. Mehr habe ich ja auch noch nicht beigebracht bekommen. Ach, oh, wir sind beide gestorben. Aber das ist irgendwie... nur fair. Du hast mal gesagt, dass du Sekiro nicht so magst. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das mal in irgendeinem wütenden Moment gesagt habe. Ja. Nein, ich mag... Ich mag wirklich alle From-Software-Spiele. Sekiro ist nicht mein Nummer 1 Liebling. Ähm, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem ein super Titel. Und, ähm, wenn man es kann, also gerade so, wenn es mal läuft, ab und zu mit Sia oder so, habe ich ja auch gute Runden mal gehabt, die dann auch funktioniert haben. Dann ist es auch genial. Also, nur... Ich kann mich da nicht so reinsuchten, wie in Elden Ring oder in Dark Souls. Okay. Da geht's lang, ne? Ne. Ah, ich mach schon wieder alles falsch, ne? Ich bin wieder viel zu gierig, zu Button-meschig. Ja, mach ich mal. Okay. Es sind ja nur zwei Buttons. Es sollte nicht allzu schwer sein am Anfang. Tatsächlich finde ich im Moment die Karte oben, die kleine Karte oben, ganz hilfreich. Ihr seht ja jetzt nicht. Hinter mir ist noch, ähm, quasi meine Energie, die ich nehmen kann, indem ich digital nach oben drücke. Okay, so, das sollen wir ja. Direkt vor einem gegnerischen Eingriff. Ja, ich will dich nicht mehr zu verhindern. 10 Meter Wurzeln, wenn du es kannst. Ja, das ist schön gemacht, dass der am Anfang mir ein bisschen hilft. Also ausweichen ist ja klar. Aber. Ah, das, das ist in all den, in all den Partikeleffekten schwer zu erkennen, was da passiert. Aber es ist ganz gut, blocken und dashen hier auf einem Button zu haben. Fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Dann kann man zumindest, wenn man das blocken nicht hinkriegt, kann man vielleicht mit dem zweiten Druck nochmal schnell abhauen. Äh, okay. Da hoch. Ich weiß natürlich schon, dass viele Leute, ich weiß natürlich schon, dass viele Leute sagen, oh man, freu dich schon mal auf den ersten Endboss. Ich hatte ja ein ähnliches Erlebnis schon in der ersten Demo. Ich lasse mich überraschen, aber ich erwarte das Schlimmste. Kann man eine Schwierigkeitsgrad einstellen? Nee, nicht, da ich wüsste. Es kann sein, ich habe es zumindest nicht beachtet oder nicht gemacht. Aber ich kann es mir auch schwer vorstellen. Alter, wie dumm. Jawohl, das war nice. Da ist ihm der Azubi noch in den Rücken gefallen mit dem Messer. Was? Oh, fuck. Ich habe es schon wieder verkackt, natürlich, weil ich aber auch zu viel labere. Zu viel Dummschwätze. Ich komme aber jetzt auch ein bisschen mehr rein. Ich meine, ich erwarte natürlich, dass ich hier sterbe, aber vielleicht nicht direkt am Anfang. Andererseits ist es genau das, was ich erwartet habe. Ich habe zu wenig geheilt, aber der hat auch ganz schön Energie abgezogen. Das ging sehr schnell, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber man kann auch Y gedrückt halten und den Move aufladen. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Nachdem es bei Hogwarts ja auch durchaus Gemecker gab, an der Tatsache, dass ich das HUD ausgestellt habe, eine Entscheidung, hinter der ich immer noch stehe, habe ich jetzt mal hier alles angelassen. Einfach auch um, hier ist es glaube ich wichtiger, auch die Energie leisten und die Punkte und alles zu sehen und zu wissen, wer ist stärker. Den greifen ich zuerst oder zuletzt an. Ja, Ich haue es erst mal ab und heile. Und jetzt habe ich es mal anders gemacht. Jetzt greife ich den Starken zuerst an. Okay, ist offensichtlich das Bessere. Schön wäre, wenn ich ihm hätte sagen können, dass er den anderen angreifen soll. Vielleicht ist das ja eine Mechanik für später. Okay, blocke, kritische Treffer. Okay, das ist dann... Ja, das war zu früh. Ja, das war quasi zweimal, aber hat funktioniert. Ach so, wir können kurz mal ein Boot auflösen. Ihr wollt zu 100... Mit 100 Leuten und 79% wollt ihr Englisch. Gut, dann lassen wir es. Ist ja ganz passend. Danke an der Stelle. Kurz mal einmal, während ich hier einmal so rumscrolle. Ja, ist gut. Okay, ich mache das erst mal. Und zwar möchte ich mich bei Leuten bedanken. Und zwar denen, die jetzt hier abonniert haben. Die habe ich nämlich eben komplett ignoriert. Und das tut mir natürlich ein bisschen leid. So, da kommt die erste Errungenschaft. Also, an dieser Stelle erst mal danke an Gary Christmas, an Drolix, an MacClan3, an SuckyTheDragon, an CloudDurum, an Blödsparten74, KernLogan2, oh jetzt seine... Ja, Bissemi, HaloFanboy, Lollobollo90, Scythe7, TechOne, Allantag, Lillydina78, Chefzwerg, B-at-DudeSpaider, RandomPhantom81 und BadBowls. B-b-b-b-bad. Ja, vielen, vielen Dank an alle. Auch wirklich nochmal danke an die ganzen Abos, die zu meinem Geburtstag reinkamen. Das hat mich voll gefreut. So, Stufenaufstieg bei der Spandarte. Das sind wieder hier jetzt die verschiedenen, genau, Kräfte, die man wählen kann. Kann man dann mittendrin im Kampf auch auswechseln. Holzkraft, Feuerkraft, Erdkraft, Metallkraft. Da, warte mal. Kampfkünsten. Ich will mal, erstmal die Gesundheit. Kann ich eh nicht, okay. Doch, kann ich. Ich würde erstmal alles ein bisschen auf Gesundheit und dann auf Blocken, weil ich das, oder wenn es sowas gibt, weil ich gerne mehr Blocken lernen würde. Weil das ist, glaube ich, meine schwache Stelle im Spiel. Zauber lernen. Ich dachte eigentlich, ich habe doch jetzt gerade irgendwas gelernt, müsste ich da nicht Metall, Erde, Feuer. Okay, was haben wir hier? Vorher zu stürmen, okay. Giftfalle. Äh, okay, das bringt mir jetzt ja gerade alles noch gar nichts, ne? Ich habe auch gar nicht genug. Ich habe hier Holzphase, habe ich auf jeden Fall einige Punkte. Drei. Das heißt, mit 25, ne, da habe ich noch nicht genug. Ähm, so, danke, Beowulf und Drunken Idaho. Auch noch. Oder kann ich hier schon einen festlegen? Ich bin jetzt mal eine Weile ruhig. Guckt euch mal das Spiel an, bildet euch mal ein eigenes Urteil. Wir müssen vorsichtig schreiten. Wie viele solche ungewöhnliche Dinge finden ihre Weg hier? Oh, mit einem Move. Vermichtend. Fuck. Was höre ich denn da? Da hätte ich wahrscheinlich was anderes machen müssen. Oh, naja, das wäre nicht so smart. Egal. Okay, jetzt machen wir es nochmal richtig. Der Tiger ist Level 15. Das heißt wahrscheinlich, ich soll an dem einfach vorbeilaufen, oder? Level 16. Ja, der ist schon ein bisschen stark. Vielleicht kann ich ja an dem vorbeilaufen. Oh, da ist ja gar nichts. Der bewacht ja gar nichts. Und ist aber zum Glück auch mit dem Naschen meiner Gegner beschäftigt. Shit. 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 Ja, es ist so, diese Dynamik der Kämpfe muss ich noch verstehen lernen. Gerade so, wann er jetzt so punzt, wann er, er hat das irgendwie angekündigt, mit diesem Goldschimmer, wenn ich das richtig verstanden hab. Aber ich hab's. Das ist so schnell passiert, dass ich da nicht mehr wegkam. Also, bin mir nicht sicher, ob ich jetzt unbedingt gegen den gewinnen sollte, obwohl ein paar Leute sagen, der ist machbar. Äh, machbar für normale Menschen. Äh, Fragezeichen. Bist du bei Resi 4 auf dem Sender am Start? Jawohl, ich hab gehört, wir machen das. Das freut mich sehr. Wir machen es also da und, äh, auch hier. Ich versuch's nochmal, ich will's jetzt wissen. Och Mann, aber der ist doch schaffbar. Der ist wirklich schaffbar. Ich würd halt gerne noch einmal versuchen, aber ich hab's Gefühl, das ist, ähm, ich, ich nerv euch damit. Aber komm, einmal will ich's, einmal will ich's noch versuchen. Mach mal was. Ja, genau. Stick, 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 mit den kleinen Dingern rein. Zum Glück ist hier der Baum. Ich bin ja auch kein Fan von so Hindernissen in so Kämpfen. Aber hier muss ich halt jetzt auch ein bisschen bescheißen. Ja, nice. Unterbricht deinen Feind niemals, während er einen Fehler macht. Was? Oh. Das oben drüber ist nicht sein Level, Simon, sondern die Moralstufe. Aber ist das nicht auch so ein bisschen der Level? Also, wenn ich jetzt stark kämpfe, ändert sich dann die Moralstufe? Oder ist der dann, also ist das quasi, also dann ist es ja sein Level, wisst ihr, was ich meine? Wenn die sich nicht ändert. Oh! Seht ihr, der hat 16. Warum hat denn der so viel, so ne Moral noch, obwohl ich ihn hier finische gerade? Unrealistisch. Ich fühle mich, dass hier etwas wertvolles liegt. Ich würde sowas nie machen. Ist es denn laut genug? Sagt mal Bescheid, ob es laut genug ist für euch. Äh, okay, hier ist jetzt zu... Achso, wir sollten ja eh von vorbei. Okay, hier schon mal nicht, oder? Hier ist es einfach. Ich habe nur etwas über den Inset, das macht meine Haut schweig. Ich habe für ein Schmerz, der Schmerz ist eine Schmerz, die unter anderem uns verletzt. So eine sinnvolle Gefahr! Das war die Räume des Wilders. Das ist Barbe Barak. Ich sehe die Yellow Turb und schnauern ihre Wälder für die Wilders. Kann man hier von hinten? Man kann. Danke DP Imperfect und danke auch Winston, Balthasar und allen anderen. Danke. 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 Achso, du bist ja mein Kumpel. Ja, habe ich jetzt Moral 6 und wahrscheinlich verliere ich das wieder, oder? Wenn ich jetzt, wenn ich getroffen werde oder vielleicht einmal sterbe oder so. Das fühle ich ja wieder am Anfang. Ne, hier geht es nicht. Ach, ich bin zurückgelaufen, ne? Ach ja, weil ich ja gestorben bin, dann sind die ja alle wieder da. Deswegen, ich dachte, ja, ja, okay. Ich dachte die ganze Zeit, ah, da sind neue Gegner, also muss da ja auch weitergehen. Ne, das waren ja die anderen. Aber die haben es noch verdient und jetzt wissen es. Fuck around and find out. Ja, Stufenaufstieg, machen wir später. Simon-One-Koop-Session mit Chat, wie denn? Geht das denn? Kann man Koop spielen? Dein Moralrang fällt bis zu einem gewissen Punkt beim Tod zurück. Dafür musst du die Flaggen aktivieren, um die Stufe zu erhöhen. Wenn du stirbst, fällst du auf das Moral-Level deiner Standarten. Ah, danke. Danke für die Aufklärung. Also das hier sind diese, ne, Spandarten. Und je mehr ich davon habe, desto höher wird mein Level. Äh, und quasi auch dann nach dem Tod zurückgesetzt, wieder auf diesen Level. Shit! Ja, jetzt laufe ich mal dran vorbei. Ich will jetzt nicht wieder sterben, das war doch gerade eben ganz schön. Ja, aber das Problem ist dasselbe, ne. Ich, ähm, bin hier. Das Vieh ist da. Ich komme von da hinten. Hier drin war, war so ein, ne, so ein kleines Item. Warte mal, was ist da unten? Was ist das? Achso. Hier kann ich nicht lang. Da kam ich her. Okay. Ja, das ist irgendeine, irgendeine dumme Sache eigentlich. Wahrscheinlich eine sehr dumme Sache. Hier bin ich runtergehüpft. Da kamen neue Gegner, genau. Ich meine, schlimm ist es nicht, ne, weil ich ja auch auf jeden Fall, äh, die Punkte bekomme, die ich hier einsammle. Folge dem Ruf der Standarten. Habt nix, ne, dafür hab ich nix. Doch. Oh, ne. Ja! Vier. Cool. Ich mach jetzt wirklich erstmal nur das. Okay, hier waren wir halt auch schon eben. Ich weiß. Ist ein bisschen komisch. Also schreibt mal bitte, wenn ihr wisst, äh, was ich gerade falsch mache. Ich gucke jetzt schon. Man sieht ja die Spandaten auf dem Radar, aber so viel. Ah, okay, vielleicht muss ich hier lang. Ja. Sogar sehr deutlich hier lang. Das hab ich kommen sehen und eben noch überlegt. Machst du jetzt schnell noch den Konter? Okay, hier kann ich leider nichts von... Oh, Moment. Kurz mal gucken. Was sind denn Lieferungen? Ist irgendein Kram, genau. Irgendwelche Prämien. Ich hab keine. Ah, scheiße. Ich hab manchmal, kriegt man ja welche. Gar nicht erst aufstehen lassen. Da kam ich nicht mehr rechtzeitig in Verteidigungsstellung. Wir haben gut gemacht, um so weit zu kommen. Aber es ist nicht vorbei. Hör doch mal aufzureden, Alter. Siehst du nicht, was hier abgeht? Ja, ist eine schöne Idee mit den Spandaten, die belohnen dich dann für das Erkunden. Kampfkunst. Oh, jetzt fängt's an. Das wäre die erste. Okay, jetzt ist sie natürlich erstmal leer. Ach, die Dreieck hab ich noch dran. Das wäre die große Dinge. Das wäre die große Dinge. Wir werden uns finden, was genug ist. Wir werden uns finden. heller machen natürlich kann ich das danke für solche infos ja ich glaube das ist besser ist es so besser sagt mal bescheid ich kann komm ich mach mal ja ich mache es noch mal heller ich glaube dass hier in durch den stream tatsächlich sehr dunkel kann dir nicht zuhören muss gedankenlos auf ihn einschlagen tja sie ist es nicht erleuchtet doch rot ich will trinken aber ich habe nichts mehr scheiße okay jetzt wird es doch bedenklich ja 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 Schlimme Grippe, aber Simon ist live. Hallo Telly, ich wünsche dir gute Besserung. Deine Grippe ist schuld, dass ich jetzt gerade hier verloren habe. Klingt, als würde ich mir das ausdenken. Aber vertraue mir. Okay, cool. Ich finde es sehr schön bisher, dass man nicht mehr so viel looten muss. Möge der Parry mit Simon sein. Oh, wollen wir eigentlich die Tode mitzählen? Wollen wir einen Todes-Counter? Das könnten wir natürlich einrichten. So über das ganze Spiel. Okay, wo weit sind wir denn? Wir sind vielleicht bei zwei Toten. Nein, wir sind bei neun oder acht oder so. Vielleicht sieben. Wie gesagt, ja, ja, ja. Immer. Okay, ja komm, dann baue ich schnell mal einen ein. Todes-Counter. Todes-Counter. Nein, das stimmt nicht, 19. Stimmt nicht. Ich glaube, es waren sieben. Ich versuche fair zu sein. Ich glaube, es waren sieben. Schön, die Ecke. Ist doch okay so, oder? Stört keinen. Danke, Bisi Lebowski und deine verschenkten Abos. Die erfreuen gerade meine Gemeinde sehr. Das war jetzt gerade ein Befehl zum Freuen, liebe Gemeinde. Zeigt ihm eure Dankbarkeit. Ich hoffe, dass alle Menschen in der Vergangenheit wiederholt werden. Ich fühle mich eine große Gefahr vor, bitte bitte. Sie sind die Han-Kord, Sie sind Sie? Alle, die uns bewegen, wissen Sie nur den Ende unserer Bladen. Sie werden mir gebeten, um dich zu retten! Okay, ja, okay, okay. Jetzt habe ich sie, glaube ich, alle einmal gesehen. Aber bei dem ist keine Recovery. Wenn ich dem blocke oder so, oder ausweiche, hat er keinen großen Nachteil. Ja, okay, okay. Scheiße. Da wollte ich zu viel. Hingerannt und dann noch einen schweren Schlag. Das dauert einfach zu lange. Wenn du die roten kritischen Angriffe konntest, bekommt er richtig Willenschaden. Okay. Ich will ihm doch auch schaden. So, kurz mal gucken, ob ich nicht vielleicht noch einen Upgrade irgendwie vornehmen kann. Und zeig ihm, wo Longs geht. Ja. Wo Long ist auf jeden Fall Anwärter auf das Wortspiel, den Wortspiel-Generator 2023. Da brennt wieder mal alles. In asiatischen Mittelalter spielen mit Schlitzen und Schleichen brennt immer alles. Hätten die mal aus Stein gebaut. Okay. Du sollst mich beobachten, dich zu schlagen. Ich mach jetzt nur kleine Angriffe. Ist ein bisschen cheesy, aber ich muss jetzt ja nicht schön spielen. Ich muss sie machen. Ich mache jetzt nochmal etwas ... Ich habe keine tänker Foto. Okay. Ich muss sie machen. Ich werde sie говорige. Ich werde, ich werdeieden. Ich werde sie schauen. Aber ich werde sie ganz anders sehen. Okay, ja klar, ich dachte gerade, was blinkt da eigentlich rot? Der hat mich doch gar nicht getroffen. Doch, hat er. Todes Counter 7, 8, 9 waren das jetzt. Na gut, na gut, na gut, na gut. Bei voller blauer Leiste schweren Angriff machen, okay. Hm. Danke, Dröttker15. Mir fehlt noch eine Spandate. 9 und das hier ist... Ist es 8 oder was? Ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich gerade... Also es sei denn, ich brauche die Spandate unbedingt, dann würde ich das natürlich noch machen. Ansonsten würde ich jetzt gerne... Hast du mal deine Rüstung kontrolliert? Das mache ich auch gleich nochmal. Das war nix. Ich glaube, ich mache das Ausweichen manchmal einfach falsch. Ich lasse mich halt von... Ich lasse mich halt von... Ich lasse mich halt von... ...dem immer erwischen. Ne, also da bin ich jetzt nach hinten gerollt und die Schockwelle hat mich noch erwischt. Das war nicht gut. Ich werde gerade noch hier immer mal die Tode updaten. Es fehlen dir nur die Steine. So, ihr meint gerade, ich soll irgendwas mal kontrollieren. Mein Inventar. Hier, meine Elixiere. Kann ich mir die... Die macht das... Neue Moral erhöht das Key, um die Moral zu verbessern. Okay. Schnellzugriff. 2. Was haben wir hier? Fragment war es Key. Oh. Gut. Seelenchecks, ne, sind das sozusagen. Hitzbeständiges Eis. Verbrennungsstatus. Wieder entsprechende Statuseffekte. Aufbau aus. Das brauche ich gerade nicht. Die brauche ich alle. Drachenheilungstopf. Bei Benutzung Gesundheit wieder her. Ach so, das ist ja normale. Okay. Ich habe sogar neue Sachen. Okay. Ich kann doch mal gucken. Was habe ich denn hier? Ich meine, man kann sich ja schon durchaus einmal richtig ausrüsten, ne? Bestätigen. Ah, ne, die habe ich an. Weil... Woran erkenne ich das? Dass ich die anhabe? Weil es gefärbt ist, ne? Okay. Und wie kann ich hier vergleichen, sortieren? Und wie kann ich... Ah, okay. Den Button gibt es hier natürlich nicht. Es orientiert sich immer an der Playstation-Version jetzt hier. Oh, ich könnte jetzt mal die Stange mal probieren. Ausrüsten. Oder machen wir mal als zweite Waffe. Okay. Gut. Was haben wir hier? Den haben wir ja auch schon, ne? Ach so, okay. Moment. Drachentöter. Oh, das sind zwei verschiedene Moves. Dann nehme ich die. Steintje! Kann ich den, äh... Also erstmal als Favorit. Ne, das ist, äh... Weiß nicht. Ja, und, äh... Ausrüsten kann ich hier nicht noch... Wurfwaffe 1! Sehr nice. Äh... Ausrüsten. Wo kann man den vergleichen? Warum kann ich ihn nicht vergleichen? Äh... Zu dem, was ich schon, äh... Habe? Das müsste doch normalerweise gehen, ne? Eigentlich so. Schade. Äh... Helm. Jetzt muss ich mal manuell gucken. Hose. Also, 13. 20. Äh... Oh, 25. Okay, ich glaube, jetzt habe ich auf jeden Fall bessere Sachen. Helm nehme ich mal auch mit. Haha, perfekt! Wer endlich war... So, das ist die Silhouette, die ich gewohnt bin. Okay, jetzt noch einmal schauen, ob wir nicht noch irgendwas krasses haben. Hier sind wir wohl Armschienen. Okay, aber Schuhe? Welche Schuhe hast du denn an? 13. Ach, die... Kleidung ist alles. Ne. Das sind die guten, ne? Ja. Okay, gucken wir mal. Gürtelhaken. Was ist das? Äh... Oh, da wird mein Gewicht zu hoch, ne? Ah, das Ausrüstungsgewicht... ...ist zu hoch. Der Helm macht's. Accessoireins. Banditen brauchen wir nicht. So. Hui. Das war ja richtig, äh, aufwendig hier. Aber hat sich gelohnt. Einmal kurz... Geh mal weg. Ich will die weg haben. So. Ja, schade. Den Helm hätte ich gerne gehabt, aber wir finden noch irgendwas anderes. Okay. Da ist er ein wenig aufgeregt. Ja, hier kann man nichts mehr machen. Äh, Zauber. Kann ich hier jetzt vielleicht welche lernen? Ach, ich bin ja da unten. Ich hab letztes hier oben geguckt, ich Idiot. Hier unten. Erhöht bei niedrigen Willen, die automatische Erholung verringert. Automatische Leerung bei hohem Willen. Klingt, als würde ich das immer wieder gebrauchen können. Positiver Effekt der Willensgewinn, den Angriff erhöht. Okay, nehme ich auch mit. Alle Verbünde weniger Schaden durch Gegner erleiden. Das heißt, ich ziehe ihn da rein und dann... Ah, er hat mir eh den Kampf aufgezwungen. Ich glaub nicht, dass ich da so viel... ...so viel verändern kann. Okay, hier hab ich eh nichts mehr. Oh, jetzt hab ich aber hier neu. Er schafft eine Flammenexplosion für die Feuerpartikel nach vorne. Oh, das ist ja was für ein trauriges, kleines Flämmchen. Ist Ihre Flamme viel zu klein, können Sie heute kaum noch drei Meter weit werfen. Dann kommen Sie jetzt zu Flammofix. Nur eine Pille Flammofix am Tag. Und Ihre Flamme ist wieder fix. Flammofix. Flammofix. Oh. Nein. Kann ich den zurücknehmen? Nein, kann ich nicht. Na toll. Naja, okay. Dann kann ich ja hier hin. Aber vorher muss ich den auch noch machen? Okay. Nein. Okay, irgendwas hier ist voll dumm. Ich kann das halt... Ich hab noch nicht die Werte dafür. Deswegen kann ich eigentlich keinen richtigen... ...erlernen. Naja. Machen wir danach. Äh, Steinsäulen. Komm runter. Weniger Schaden. Eigentlich eine gute Idee. Och, ey. Ich mache irgendwas... Meine Attribute sind halt zu lame noch. Das kann ich aber benehmen. Okay. Dann nehmen wir mal... Machen wir mal alles auf Steinsäule. Nein. Das geht noch nicht. Schockwelle. Nein. Okay. Wir warten mal noch ein bisschen. Was hier? Blasen aus Gift. Blasen aus Gift. De, de, de. Fluchtblitz, äh, automatische... Verlangsam für eine gewisse Zeit automatische Erholung... ...bei niedrigen Willen. Das ist schon wieder so speziell, dass ich nicht sicher bin, ob ich das... ...kann. Ob ich das verstehe direkt. Äh, spitze Eiszapfen. Das verstehe ich. Vorne spitz. Äh, noch nicht. Okay, dann warten wir auch da. Okay, auch nicht. Gut. Wir haben die Hälfte der Sachen nicht benutzen können. Danke, ob Cheddy... ...ob Cheddy auch... ...vielen Dank. Ähm, ob Cheddy auch nächsten Monat abonniert. Das seht ihr bei mir. Ähm, Mikey117, auch danke an dich. Ich muss kurz die Todesleiste neu verschieben. Da, da ist sie doch. So. Ich bin bereit für eine neue Eingabe im Todescounter. Aber ich hab doch auch gespeichert jetzt, oder? Ich mein, muss ich jetzt noch mal... Ne, das mach ich doch bei der Spandarte. Oh nein, ich hab das Elixier getrunken, ich Idiot. Ich wollte doch nur ausprobieren, wo meine Waffen sind. Und ich weiß immer noch nicht, wo meine Waffen sind. Da unten rechts seht ihr, ähm, die Waffe. Und ich kann die halt irgendwie ändern. Zweimal X, zweimal B, nicht. Zweimal Y, zweimal A. R ist das. Oh, warte, jetzt, genau. Ah, so. Okay. Probier ich's mal mit dem Stab. Mit dem Stäbchen. Danke, RetryNN und... ...Yoki Rikaiyoku. Guck, ich hab keine Zeit... Ich bin ein Ticken zu spät, einfach. Und ich bin ein Ticken. Nö, ich hab keine Zeit. Ja, mach, dann hilf doch auch, jetzt wäre der Moment zum Helfen. Du hast eben noch gesagt. Scheiße! 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 Verdammt! Ich hasse die zweite Phase! Shit! Nemesis! Nemesis! Oh Mann ey, ich will nicht! Ich habe echt wenig Energie, ne? Okay. Ich nehme mal an, dass ich auch noch ein bisschen schwach bin. Vielleicht muss ich erst noch ein paar Mal hier so rumlaufen und aufleveln, oder? Vielleicht ist das das Geheimnis. Es gibt ja auch noch eine Spandarte. Zumindest ein Level für die Kraft könnte ich mir schon gönnen. Ich habe halt auch zu lange gerade meinen Move vorbereitet, denn irgendwie lange aufgeladen. Das ist keine gute Taktik. Wir machen einmal kurz so ein Run, wo wir einmal ein Level uns gönnen für die Lebenserwartung. Vielleicht finde ich ja auch noch die andere Spandarte dabei. Und wir werden auch noch lernen, jetzt immer zu kontern. Also sobald mal ein Angriff kommt, achte ich jetzt besonders aufs Kontern, weil das hier so wichtig ist. Das war ja jetzt... Ach, das war auch was zum Kontern, ne? Das hätte ich auch schon kontern können. Nicht nur die roten. Bisschen Leveln und die letzte Spandarte setzen. Ja, ich suche sie mal. Kann man die noch irgendwie auf der Karte erkennen oder muss ich einfach nur suchen? Also es fehlt auf jeden Fall noch eine kleine, wenn ich das hier richtig sehe. Ich habe es versucht gerade, aber Timing sagt nein. Jetzt war wieder der Moment. Komm, mach mal, mach mal richtig. Mach mal einen Angriff. Ah, er macht es vorher. Mach. Da hätte ich jetzt von hinten wahrscheinlich messern können. Oder sperren. Da haben wir die letzte Spandarte jetzt, glaube ich. Aber wir wollen vor allen Dingen ein bisschen Kram noch einsammeln. Deswegen laufen wir jetzt nochmal rum. Ist da jetzt wieder der Tiger, dann würde ich den auch nochmal machen. Ach ne, hier ist ja der Anfang. Wie ist denn? Ah, immer noch mal. Ja, danke. Mach. Ach. 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 Ah, ja, ich bin, ich bin zu sehr rein und habe zu wenig, ähm, den Konter gemacht. Aber das ist doch eigentlich genau der Richtige, bei dem ich das üben müsste. Ich will gerade nochmal gucken, wo muss ich jetzt zurück? Da. Ne, da lang, ne? Ah, ne, falscher Weg. Ich laufe den falschen Weg, aber ich will kurz sie nochmal killen. Ich gebe nochmal Punkte. Eigentlich darf ich von denen gar nicht getroffen werden. Eigentlich muss das wirklich schon instinktiv kommen, dieser Dash. So gut muss man das irgendwann können. Gedrückt habe ich. Gedrückt habe ich, aber irgendwie war das dann zu, muss man, man muss den nicht anvisieren, ne? Also du kannst das einfach, sobald ein Angriff kommt, kannst du drücken. Auch wenn das von der anderen Seite kommt und du einen anderen anvisiert hast, oder? Ich nehme an, dass das so ist. Aufmerksamkeit 4 minus, würde ich sagen. Versetzung gefährdet, wegen Tod. So, wollen wir es doch nochmal sehen. Mit dem Kätzchen. Okay, krass. Krass. Dieses Vieh. Verdammt. Verdammt. Wir wollen ja auch nicht bescheißen hier, ne? Ja, eigentlich ist Quatsch hier immer wieder anzurennen. Wenn ich doch erst mal schnell mein Kram zum Aufleveln benutzen kann. Stufenaufstieg kann ich nicht, aber ich habe ja in meinem, in meinem Sack. Habe ich zum Glück. Äh, wo, wo sind die? Komm her, da. Oh, 1700. So. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich würde gerne meine Stärke auch mal erhöhen, oder? Äh, beeinflusst von Angriffen wiederhergestellt, von Kampfgruppen verbrauchten Willen. Beeinflusst Gewichtsobergrenze von geblockten Angriffen wiederhergestellt, Willen. Beeinflusst von Zaubern, verbrauchten Willen und Dauer. Beeinflusst vielleicht Gegnerlich bemerken. Krass. Und was mache ich, wenn ich aber nur stark zuhauen will? Willensverteidigung, Willensdauer, Blocken, Angriff, Zauber. Also es ist die Ausdauer, ne? Erde. Nehme ich das mal. Die Skills skalieren doch wieder mit verschiedenen Waffenarten. Okay, dann gucken wir einmal ganz kurz in unsere Waffen, in unseren Waffen, äh, Dings hier rein. Was ist das nochmal? Genau. Das Ding skaliert mit, äh, ja, C-E-D. Okay, gut. Also haben wir jetzt leider die eine Sache genommen, die... Ach ne, das ist ja auch die, äh, der, der Säbel. Der Padau macht das mit Erde, wie ihr mir ja auch schon gesagt habt. Genau, also der ist gut. Müssten wir mal gucken, ne? Der eine ist eigentlich besser hier. Der hier ist für den Endboss wahrscheinlich besser, weil ich mehr auf Energie gelevelt hab, als auf Erde. Aber dafür hat der eine höhere Angriffskraft. So, und hier können wir uns auch nochmal was überlegen. Ah, da sind wir wieder zu... Ja, okay. Ah, hier ist auf jeden Fall einfacher, ja. Stein. Es ist so wichtig, ihn zu haben. Äh, wie kann ich... Warum kann ich das Elixier... Okay, das lade ich auf, oder? Muss ich das kaufen? Das will ich nochmal kurz wissen. Wie kann ich den Sachen kaufen? Hier vielleicht? Gott, Bestie, hab ich noch nicht. Aussehen von Standarten, Kampfausrüstung, hab ich ja alles noch gar nicht. Okay. Okay. Was denn, wo, Tode gezählt? Wo, was, was, was wollt ihr mir erzählen? Ich hab zwei Tode vergessen. Zwei Tode vergessen, 14? Ne, den können die hatten, genau 17 Tode, ne? Na gut, dann halt, 14 Tode. Ne, 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 ne. Okay, ich will doch mal den Tiger erwischen, weil der ist ein gutes Training. So, we meet again, Tigeroni, Tom Tiger. Ja. Okay. Ich wusste es, man. Ich wusste es, dass ich dem nicht entkomme. Er hat schon wieder den Move gemacht. Und ich habe wahrscheinlich zu früh schon mich gedreht. Erst Backstab beim Tier. Also wir versuchen das jetzt noch mal ein paar Mal. Wir machen das noch. Ich will den lernen. Und dann, hoffentlich lerne ich daraus, nicht nur fürs Leben, sondern auch für den Endboss. Scheiße. Zu viel. Zu viel drücken. Zu früh, weil die Augen schon glühen. Ich trau mich einfach nicht. Ich trau mich einfach nicht. Komm, mach. Ich glaube, ich muss hier die andere Waffe nehmen. Ich glaube einfach, ich glaube wirklich, dass das mit der Stange nicht so geil ist. Vielleicht bleibe ich erst noch mal beim Schwert. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, ich brauche noch ein paar, so ein paar Tode. Ach so, ja, apropos. Ein paar Tode brauche ich noch. Und dann bin ich, ähm, so ein bisschen drin, könnte ich mir vorstellen. Äh, schlechter Anfang. Zu spät. Jetzt ist er so weit hinten. Jetzt ist er so weit hinten. Okay, bei dem Move muss man dann echt unbedingt kontern, weil man ihm dann so einen Finisher würden kann. Ja, okay, das hat jetzt aber leider nicht... Ich wollte ja eigentlich ein bisschen mehr hier lernen. Das ging jetzt zu schnell. Es geht jetzt aber so schnell, hier zu reagieren und zu wissen, wann man drückt. Hart. Okay, gut, aber dann kämpfe ich jetzt mich wieder zum Endboss und dann versuchen wir den Endboss nochmal, gestärkt mit dem Wissen, einen weiteren Teppich erlegt zu haben. Ich glaube, es ist im Moment echt noch das Schwert. Ich habe einfach zu viel jetzt schon in Energie gesteckt und deswegen ist das Schwert einfach besser. Okay, ich hoffe, dass ich hierher bin. Okay, aber ich habe jetzt einen Scheine to Den habe ich kaum gesehen. Das sind aber auch ganz schöne Blindfische. Vom Clan der Maulwürfe. Also, kämpfst du da mit zwei Leuten und reißt ihnen die Gedärme raus, drei Meter von ihnen entfernt und sie gehen aber weiter Patrouille. Das ist, wenn man verbeamtet wird. Dann ist das deine Arbeitseinstellung. Das ist, wenn man nicht mehr so ist, wenn man nicht mehr so ist. Ohohoh! Habe ich vielleicht noch... Schecks! Ich habe auf jeden Fall einige Waffen mittlerweile. Scheiße, ich habe keine mehr. Was machen wir da? Ich muss noch mal ganz kurz mir noch ein Level abholen, das ist ja nur hier um die Ecke. Das wäre einfach zu schade, die jetzt wieder zu verlieren. Ich muss damit null Erfahrung hin... Also... Null, ähm... Was auch immer es ist, was man da sammelt. Die Punkte unten links. Sonst tut das auch zu weh. Okay, das coole ist, ich glaube es zumindest, dass das so ist, dass hier unten links, äh... mir das... die Gelbfärbung anzeigt, dass ich... Oh! Ne, okay. Dass ich einen Upgrade kriege. ... ... ... ... Ich traue euch manchmal nicht, aber im Zweifel glaube ich euch, was den Todes-Counter angeht. Okay, Frage, wollen wir noch mal Erde machen? Oder gehen wir doch wieder auf Gesundheit? Ich mach das nochmal. Als nächstes nehme ich wieder Erde, aber ich glaube, ich bleibe bei dem Schwert erstmal und dadurch... ...brauche ich jetzt Erde im Moment nicht. Okay, wollen wir mal gucken. Das kann noch dauern. Haha! You'll be begging me to smear you! Das ist das Nase nicht. So richtig? Shit! Man, das ist ja ärgerlich. Der nimmt einer die ganze Energie weg. Scheiße. Was ist da mit dem Timing falsch? So. Zu viel gebutton-mashed jetzt? Okay. Shit. Vielleicht doch die andere Waffe nehmen muss. Das ging jetzt relativ... ...schwierig. Vonstatten gerade. Es hat lange gedauert, bis seine Energie weg war. Wir versuchen es aber trotzdem noch ein paar Mal. Du kannst seine Angriffe immer mit deinen Angriffen unterbrechen. Außer dem roten. Ja, okay. Das ist gut zu wissen. Das ist gut... Ja, gut zu wissen. Das war ein guter Tipp. Das war ein guterисperter. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Es ist so kaputt. Du bist nicht so schwach wie du bist. Du kannst nicht die Ausdauer, selbst jetzt. Du bist nicht so schwach. Du kannst nicht die Kraft, wie du brauchst. Du kannst diese Herausforderung. Das war's. 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 Nicht gut. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war. Das war's. 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 Also. Das war's. Das war's. Das war's. Nee. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. was. Das war's. 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 Ah, man kann. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was war's. Das 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 war's. Okay. Das war's. 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 Und zwar. Das war's. 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 Und schuld ist. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Stein. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Und das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Oh, shit. Das war's. 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 war's. Das 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 war's.